So, meine sehr verehrten Genossen und Genossinnen, wir sind zurück zu unserem Let's Play. Ihr werdet es wahrscheinlich hören, sehen weniger, aber hören. Ich habe etwas geändert und zwar habe ich jetzt ein neues Mikrofon. Das ist momentan noch in der Testphase. Das steht jetzt hier vor meiner Nase rum. Das ist jetzt also ein Desktop-Mikrofon. Ich frage mich, wie das so klingt, ob man da meine Puste die ganze Zeit hört. Da muss ich das vielleicht mal noch ein bisschen seitlich stellen. Ich mache jetzt einfach mal eine Testaufnahme. Also ich habe schon ein paar kleine Testaufnahmen gemacht, aber bin nicht so richtig schlau daraus geworden. Ich dachte, ich mache einfach mal den Praxistest, springe ins kalte Wasser und schaue es mir mal an. So, des Weiteren habe ich jetzt ein anderes Aufnahmeprogramm, nicht mehr Hypercam. Das ist jetzt eine schöne Feuerwehr, die ich da gefunden habe. Habe jetzt vergessen, wie sie heißt. Die Debüt, wie man es auch immer ausspricht im Englischen, D-E-B-U-T, irgendwas Video. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das wird geliefert mit einem Videoconverter und einem Video-Editier-Programm, die ich auch schon getestet habe. Die sind ziemlich gut. Und ihr werdet jetzt hören, man hört die Hintergrundmusik. Ja, und wir sind immer noch hier und überlegen, ob sie schon die Stärke lernt. Ähm, ich habe jetzt doch schon ein paar Minütchen überlegt, um genau zu sein, ähm, knappen Monat. Kann das sein? Weiß nicht. Ähm, und wir lernen Stärke nicht. Okay, ähm. So weit so gut. Ich muss nochmal überlegen, wo ich war. Ich werde jetzt ein, äh, Pokémon fangen müssen, um da einfach mal provisorisch die Stärke drauf zu packen. Wir waren in Fuchsania, wir waren einmal in der Safari-Zone. Ähm, haben aber nicht den Surfer bekommen, sondern nur die Goldzähne und damit die Stärke. Von Flagmon, dem alten Typ, ähm, ja, ich weiß nicht, was landet denn hier alles? Ach, auf der, auf der Box haben wir noch einiges. Vielleicht kann, ich weiß nicht, Salva vielleicht. Mal schauen. Ja, also völlig mega glatt läuft das Spiel immer noch nicht. Das liegt aber an der ROM. Das liegt weder am Aufnahmeprogramm noch an dem Emulator. Es ist einfach so, die Pokémon-Gelb-ROMs, die sind nicht immer, also da muss man lange suchen. Und ich habe nicht lange gesucht, dass man davon, aber es geht, denke ich. Also man sieht es wohl doch relativ deutlich, dass ich zu dem PC hier wandere und mir hier mal, äh, einen Blick gönne in das Pokémon-Lagerungssystem. Richtig. Und da haben wir, ähm, ach, man kann doch gar nicht bewegen. Ähm, da muss ich erstmal nochmal gucken, was wir so haben. Pokémon. Boah, okay, dann legen wir schnell mal Goldi ab. Jo, Box 1 transferiert. Okay, dann gucken wir mal. P war Evoli. Sollen wir, das war ein Glumanda. Ich weiß nicht, kann Evoli Stärke lernen? Ich probiere es mal schnell. Ich kann es mir kaum vorstellen. Aber komm, ach, wir sind doch flexibel. So, vm4. Wir sind jetzt Stärke. Stärke einem Pokémon beibringen. Yes. Das kann kein Stärke lernen. Das habe ich ja auch schon so erwartet. Ähm. Ja, ich bin natürlich vorbereitet wie immer. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich mir jetzt was, was es jetzt zu fangen gibt in der Umgebung. Vielleicht finde ich ja was beim zweiten Safari-Zone-Durchlauf, ne? Wir sind da ja. Wir sind da. Wir sind da. Äh. Ganz. Frei. Wir gehen einfach da rein, gucken, was uns passiert. Wir spielen im Tag hinein. Ähm. Ich denke mal nicht, dass Glumanda Stärke lernen kann. Deswegen nehme ich mein treues Magnethilo wieder. So, danke schön, lieber Bill, dass du uns hier was programmiert hast. Und, ach so, wie schaut's denn aus? Energiemäßig, denke ich mal, alles flott. Ja, das sieht gut aus. Mhm, mhm. Ach, 30er waren wir jetzt. Okay. Dann werden wir uns nochmal da reinkloppen und schauen, dass wir bis, diesmal bis ans Ende kommen. Wir waren ja so knapp davor. Äh, wer sich nicht erinnern kann, kann direkt mal im letzten Teil, oder war es vorletzter? Ne, letzter Teil. Und ich mach Mist. Guten Tag. Ignoriert mich bitte einfach. Ähm. Ach. Na komm, haben wir kaputt. Auch wenn das vielleicht ein Umweg ist, weil man erstmal in die Pokémon-Liste muss. Dann muss man jetzt der Schneider auswählen. Und dann erst ist der Busch kaputt. Okay, und noch... Einmal. Mhm. Au, der Achterkörter bleibt wenigstens drauf. Na, das sparen wir ein bisschen Zeit. So, ähm... Die Turbo-Taste trau ich mir immer noch nicht, weil das liegt ja auch mehr oder weniger an der ROM, beziehungsweise am Emulator, weiß ich nicht genau. Dass die Turbo-Taste das dann so zeitlich verzögert, da gab's ja mal das Dilemma. Ähm, können wir uns gerade so leisten, die 500 Poké-Dollar. So, jetzt... Jetzt wird's spannend. Wir müssen das schaffen, Leute. Wir müssen das jetzt unbedingt schaffen. Sonst stehe ich da wie der letzte Idiot. Schlimm genug, dass ich es nicht gleich beim ersten Mal geschafft habe. So, wir gehen jetzt erstmal... Moment, Moment. Oh, jetzt nicht vorlaufen. Ähm, nach... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab vor ein paar Tagen geguckt, wie der Weg geht durch die Safari-Zone, aber ich hab das schon wieder fast komplett vergessen. Ähm, jetzt geh ich... Stärke, Stärke, Stärke? Ach, Mist, Nidorino müsste es sein. Ich glaub, Nidoran lernt noch keine Stärke. Und zu trainieren... Dazu... Ähm, bim, bim. Ich will's nicht trainieren. Habe nicht zu unlustig zu. Okay. Äh, hier mal noch. Och, was haben wir denn hier jetzt? Ah, ja. Ich bin doch nicht immer so offen. Wir können einfach mal ein paar Eier braten. Geiler, Eier. Doch, hier, ich will jetzt so einen Eierkopf fangen. Oder gleich fünf, oder wie viele das sind. Ja, schön. Ein Ohrwei. Ähm, ganz spontan hab ich das gemacht. Ich weiß nicht warum. Ähm. Ja, wie nenn ich das? Eine gespaltene Persönlichkeit sozusagen, Mr. Das muss das jetzt sein. Wer ist denn eine gespaltene Persönlichkeit? Hm. No, ganz spontan mal. Äh. Guck mal mal. Hier, wir haben ja hier Buchstaben. Und die kommen zufällig alle im Alphabet mit vor. Das ist ja soweit schon mal gut. Äh, ich werde... Also keine Sorge, das wird nicht Xefin. Xefin kommt später erst. Ähm. Ach komm. Eier vom Fach sind das jetzt. Das sind jetzt die Eier vom Fach. Ähm. So. Wer's versteht, der versteht's. Wer's nicht versteht, versteht's nicht. Ne? So einfach ist die Welt. Ach, okay. Da sind schon wieder ein paar vergeudete Schritte gewesen. Ich hoffe, die werden uns am Ende jetzt im Verhängnis. Wie letztes Mal. Wo wir wirklich... Vielleicht... 20 Schritte vom Ziel waren. So, jetzt hier lang. Oh mein Gott. Ich hoffe, ich mach keinen Mist. So, jetzt... Äh. Hm. Ich guck mal, ob ich hier lang vielleicht... Ach genau, da hoch. Da wird man dann wieder dort in diese... Ja, ja. Da sind wir doch letztes Mal reingelaufen. Reingetappt. Oder ist es jetzt, wo ich grad lang laufe? Oder mach ich jetzt Mist? Oh. Oh. Da schmiert der Emulator ab. Und da sind wir wieder da. Okay. Hm. Das war ja mysteriös jetzt. Das passiert aber ab und zu. Das ist die Technik. Wenn man da so ein Laien wie mich dran setzt, da passiert das nun mal. Äh. Hm. Nein, ich glaub, da müssen wir nicht lang. Das ging doch dann nach links jetzt erst mal, oder? Jetzt da hoch und dann wieder links nach runter und dann links raus. Wenn ich mich richtig erinnere. So, ich hoffe, das bleibt mich immer hängen, weil das kommt immer ein bisschen blöd. Das zerstört immer ein bisschen den Flow, in dem man da ist. Ah, Mist. Schon wieder ein paar Schritte verschwendet. Und noch ein paar Schritte verschwendet. Hier rum. Hier rum. Okay, soweit ohne Encounter. Jo, Pikachu. Wir sind voll krass am Start jetzt. Ähm. Ich hoffe, wir schaffen's. Das wird mal richtig spannend. So, jetzt hier ganz nach unten. Jetzt hier lang. Ähm. Sind wir schon da? Team 32. Und... Ja, wir sind da, Leute. Und wir haben noch... 168 Schritte übrig. Wuh. Nice. Ähm. Ich hoffe, ich kann das auch. Komm schon, komm schon. Glückwunsch, du hast gewonnen. Wummi erhält V0.3. V0.3 Surfer. Lernt ein Pokémon diese Technik, kann es dich über das Wasser transportieren. Das Beste ist aber, dass du diese vor allem benutzen kannst, so oft du möchtest. Ist das nicht irre? Du bist ein Glückspilz. Du hast... Geschlechtspilz. Geht's hier lang? Das ist konsequent verriegelt. Ähm. Okay. Dann können wir vielleicht noch ein paar Schritte investieren, um ein... Vieh mit Stärke zu finden. Soll es hier irgendwo noch Gras geben? Alles platt gelatscht. Weil wir schon so oft hier drin waren in der Safari-Zone. Na gut, zweimal. Ich mach da... Ja, ich mach da ein Drama draus. Ich weiß. Ist ja alles selbst so schlimm. Ich sag immer, Hauptsache ist... Welt... Äh... Ist da... Also Hauptsache ist immer, dass... Also... Ähm... Free T-Bet. Ihr jetzt stärker. Oh, schnell! Ich bin doch nicht zum Spaß. Achso! Wir können natürlich... Wenn wir wollten... Ich weiß nicht, ob das hier funktioniert. Dieses... Dass man nicht die Schritte geht, sondern dass man sich einfach so auf der Stelle dreht. Aber das geht ja hier so schwer. Da bräuchte man eine Kante, die an zwei Seiten begrenzt ist. Eine Wiesenkante, die an zwei Seiten begrenzt ist. Weil da kann man sich auf der Stelle drehen. Hier zum Beispiel. Das ist wunderbar. Da kann man sich ja so drehen. Ich weiß nicht, ob das in der ersten Generation funktioniert. Ja, wunderbar. Uh! Ein Kangama! Auch wenn ich jetzt spontan überhaupt keinen Namen dafür hätte. Ich muss das jetzt erst mal fangen. Auch wenn es flieht, schade. Aber ich brauch jetzt was mit Stärke. Auch wenn es Nidorino oder irgendwas ist. Wow! Wow! Uhuhuhu! Ein Kangama gefangen mit einer Capture Rate von minus 0,1. Ah ne, das ist ja gut. Äh, von plus 4 Milliarden. Nice. Okay, neuer Eintrag. Im Pokédex angelegt. Kangama trägt seine Jungen in einer Bauchtasche umher und schützt sie vor jeglichen Gefahren. Möchtest du Kangama ein Spitznamen geben? Ja, wie jedem unserer Pokémon werden wir auch Kangama einen Spitznamen geben. Ich hab jetzt nicht mehr mitgerechnet, dass ich das fange. Ich hab jetzt mitgerechnet, dass Flieth und ich sag, ach Mist, ist es doch in uns entflohen. Dann wären Nidorino gekommen, sind dich gefangen. Ich hätte es Johnny 2 genannt und damit wäre die Sache vorm Tisch. Aber dass es wirklich in dem Ball bleibt, das überrascht mich. Und deswegen nenne ich es auch... Ähm... Ich nenne es einfach mal, ähm... Pippo, weil er ja doch ganz gerne bei uns mal auf dem Server rumhängt. Ja sorry, Kangama ist weiblich, aber die haben ja noch keine Geschlechter. Das ist wie mit Pikachu. Oh ja, und als nächstes kommt natürlich direkt ein Nidorin an, das glaube ich stärker lernen kann. Oder? Ah, ein erneuter Hänger. Ja wunderbar, das freut mich natürlich. Ja, mal gucken. Mit Geduld, vielleicht. In der Zwischenzeit kann ich euch erzählen, eine traurige Geschichte. Es geht hier um einen... ...Bagger. Okay. Ähm... Ne, ist mir nicht übel. Ich glaube, ich... Ich muss jetzt dann erstmal gleich... Das macht mir jetzt ein bisschen Sorgen, dieses ständige Stehenbleiben. Ich weiß nicht, woran das liegt, ehrlich gesagt. Ähm, ich weiß nicht, geht das, wenn ich jetzt eine neue ROM downloaden würde von Pokémon Gelb? Ah, perfekt. Ähm, dass ich mit meinem alten Speicherstand weiterspielen kann. Geht das? Weil das, also das Savegame ist eine eigene File. Das hat jetzt mit der ROM nichts zu tun. Hauptsache es ist erstmal, wir haben das Kangama, können uns die Sonderbombung da holen und haben auch sonst immer einen stärkeren Sklaven. Ich müsste vielleicht noch einen Sklaven besorgen, der sowohl stärker als auch zerschneider als auch... ...der sowohl stärker als auch zerschneider beherrscht. Ähm... Joa. Was gibt's denn da? Ich weiß nicht, ich hab keine Idee, was, was, was kann denn Stärke und Blitz? Gibt's bestimmt was. Äh, Entoron oder so vielleicht, weiß ich nicht. So, dann werden wir uns mal schnell die Stärke einflößen. Ebenso werden wir dann mal bald den Typen... Ne, wer ist denn? Ja, doch, der, ne, wer ist Arena Leiter? Doch, Koga, ne? Koga ist die Arena Leiter. Den werden wir mal schön, äh, schänden. So, Zugriff auf mein System der Lagerung. Was für mich bedeutet, Goldie wird... ...deportiert und dafür... Ähm... ...holen wir uns hier so einen Känguru. Das übrigens Level 28 ist und damit gar nicht mal so weit weg von unseren Teammitgliedern. Aber es wird nicht eingebürgert. So viel kann ich schon mal verraten. Und das sechste Teammitglied steht bereits. Ähm... Was, 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 was hier? Wir haben nur die TM gefunden. Was war das? Doppelteam. Naja, kann man verkaufen. Bringt schön Geld. Oh, Surfen. Ne. Ich will doch Stärke, Mensch. Jo. Genau die. Ja, bitte. Wenn ich, wenn ich bitten dürfte. Ja. Schön. Danke. Soll ich, soll ich jetzt auf Knien fallen oder was? Voll Arsch, Junge. Kann ich überhaupt nicht leiden. So, Moment. Ich muss mich jetzt noch ein bisschen hier an die, an das Aufnahmeprogramm gewöhnen. Ich muss mal kurz gucken. Kann ich hier irgendwo sehen, wie weit ich schon bin mit der Aufnahme? Ne, sieht man nicht. Okay, das heißt, ich muss schätzen. Ich bin ja ein äußerst guter Schätzer. Also, na gut, ich habe ja eigentlich die Uhr des Computers. Und wenn ich da ein bisschen aufmerksam bin. Aber ich habe keine Ahnung, wann ich jetzt angefangen habe oder aufgehört. Ähm. Deswegen werde ich nach Gefühl einen Schnitt machen. Wenn es soweit ist. Und womöglich war das wahrscheinlich dann ein Teil ab 15 Minuten und noch ein zweiter Teil ab 30 Sekunden. Wie ich mich kenne. Ähm. Na, mal schauen. Also, Ziel ist natürlich eine halbe Stunde. Zweimal 15 Minuten, das wäre immer so das Optimum. Aber erst mal schmeißen wir die Stärke hier hinten, damit das Känguru uns mal hier hilft. Und ein Sonderponpon. Ein Sonderponpon. Wunderbar. Da haben wir jetzt auch schon vier oder so von. Okay, dann können wir erst mal... Das Doppel... Achso, ja. Markt ist ja da mit? Oder wo ist denn jetzt der Markt hier? Ähm. Ich bin ein wenig... Diffus. Ich bin ein bisschen aus der Materie, muss ich zugeben. Naja, wir werden uns jetzt erst mal um die Dame kümmern. Mit Kangama im Team, da es natürlich den Levelvorsprung hat. Ähm. Deswegen wird Pipo jetzt erst mal die sechste Position besetzt halten, bis Nummer 6 da ist. Oder bis wir Blitz brauchen. Oder bis ich vielleicht mal einem Vieh begegne, das Blitz und Stärke erlernt. Das wird dann natürlich eingebürgert. So. Eine Arena. Sehr schön, sehr schön. Eine Arena. Da wird gekämpft in so einer Arena. Meist wird da sogar gekämpft. Habe ich mir sagen lassen? Hat mir ein Vogel gezwitschert? Okay, Hagino. Kann doch Konfusion, wenn ich mich richtig erinnere. Hier, Reihe Glas ohne Haare. Zumindest mit Haaren, die genauso aussehen wie der Boden, bis auf die Streifen. Ja, eine sehr vertrickte... Äh, ver-vertrickte. Eine sehr vertrackte Arena. Ähm. Unsichtbare Mauern, wie sich das für einen Ninja gehört. Weil alle Ninjas haben unsichtbare Mauern. Und der hat einen Hypno? What the fuck? Warum hat der keinen... Äh, wisst du schon hier. Ein Stück weit mal hier so ein, äh... Gift-Pokémon. Das ist eine Gift-Arena. Ich bitte dich. Ich habe selbst so einen Kinder-Ständer. Da brauche ich doch deinen nicht. Meiner ist eh viel stärker. Wow. Wow. Jetzt kommen wir nicht mit deinen scheiß Quids hier. Das kann ich gar nicht leiden. Müssen wir uns ein bisschen hochheilen. Hoheit. Hoheit heilt sich hoch. Ach, doch, so viel Schaden, ja? Okay, das sieht nicht gut aus. Ähm, wir sind dann doch noch nicht so ganz patent, was das mit Boa angeht. Zumindest nicht gegen solche Gegner. Also da müssen die Gegner auch schon wirklich stimmen. Ja, was machen wir jetzt gegen das Hypno? Ausstornen, erscheinen wir einfach mal. Es ist ja vergiftet. Das ist ja das Gute. Also wir haben da konsequent die Vergiftung losgekriegt. Wir machen einfach mal Aussetzer. Gucken, was blockiert wird. Giftwolke. Das ist doch schon mal gut. Damit hätte es uns echt nerven können. Und noch ein Volltreffer. Das hackst mich hier. Weißt du, das ist doch gar nicht so schnell. Ich bin doch schneller. Oh, oh, das war ein Nistklick. Entschuldigung. Kommt nicht immer mal vor, Jungs. Noch eine Konfusion. Diesmal aber kein Volltreffer, wie sich das gehört. Wir werden jetzt mit der Kopfnuss vielleicht so ein bisschen Flinchhacks mal gucken. Kopfnuss und Volltreffer. Yeah. Und zurückgeschreckt. Yeah. Und Gift. Yeah. Ja, so gehört sich das. So will ich das sehen. So. Das Gift schadet dem Herrn. Ja, man hat kurz gesehen, die grafische Umstellung habe ich mal kurz angebracht. Wenn ihr wollt, dass sie so bleibt, sagt Bescheid, dann kann ich das umstellen, dass es so strukturiert ist. Ich habe es ja eigentlich ganz gerne so leicht dizzy. Okay, wir sind wieder an einem kurzen Hängepunkt. Das gibt mir zu denken. Aber na gut, es sind immer nur ein paar Sekunden. Aber trotzdem muss es ja einen Grund haben. Vielleicht hat der VBA einfach nur einen schlechten Tag erwischt. Kann natürlich auch sein. Ich werde jetzt hier erst mal unterbrechen. Vielleicht mal ein bisschen was auskundschaften, wie man vielleicht gucken kann, wie weit ich mit der Aufnahme bin. Aber nurfalls wird es natürlich auch einfach über die Uhr gehen. Ja, wir wischen die Arena auf. Würde ich mal meinen. Wenn es dann weiter geht. Ja, wüscht es auch noch. Ja.